Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Heimatprojekt. Einen schönen Samstag wünsche ich euch. Ja, grüße und moin moin. Trink aus. Ähm, ja gut. Wir sind hier im Landine unterwegs. Der ist mittlerweile ein bisschen schmutzig. Den müssen wir mal waschen. Ist mir gerade so aufgefallen. Oder? Ja, ist ein bisschen schmutzig, das Dingens. Aber na gut. Wo gehoben wird, fallen Späne und da werden auch die Geräte ein bisschen schmutzig. Muss so. Okay, ähm, was ist der Plan? Ich habe mir gedacht, weil wir ja gerade im, ja, beim Abbrischen sind hier. Ähm, habe ich gesehen. Wir haben ja vor längerer Zeit mal ein Mähwerk gekauft. Und hier, äh, die Lagebändchen von Feld 2 zu BGA. Feld 2 ist hier oben, BGA ist hier unten. Wir haben ja noch den, ähm, so. Wir haben ja noch den Ladewagen hier gemietet. Der steht ja noch da. Und die Ballenpresse, die Presswickelkombination haben wir ja gekauft. Das heißt, die Lageballen werden drinnen. Hier habe ich ja schon angefangen. Deswegen kann da ruhig mal ein Helfer anfangen, ein bisschen was zu abzumähen. Und deswegen habe ich hier eben das Mähwerk gekauft. Das Frontmähwerk dazu, ne. Das Heckmähwerk hat man ja gebraucht geschossen. Aber das Frontmähwerk ist jetzt neu und sieht ganz gut aus. Natürlich auch in, oder, Ikonversion dazu, ne. Und zusammenpasst. Ist zwar nicht ausschlaggebend, aber, ja, gefällt mir so besser. Ja, gut. Ich würde jetzt erst mal sagen, mein Freund, äh, Autograf, kommst du hier. Festival hoch zu 2. Dann stellen wir den ein und dann kann der da ein bisschen mähen. So. Adios. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Keine Panik hier. Wann oh man. Okay, der ist weg. Ja, der steht schon rum. Der hat, glaube ich, im Moment nichts zu tun. Da ist der Abfahrer. Habe ich den auf automatisch abfahren oder nö? Nö. Kostet nur Geld, automatisch abfahren. So, Stapler haben wir mit den Eiern verkauft. Und dann machen wir hier weiter. Ist hier das noch drinnen? Jo. Dann werfen wir die Mühle mal an. Und ab geht die Post, ne. Dann machen wir hier das restliche Feld zu Ende. Das Stroh werden wir dann pressen. Stroh abgelegt. Perfekt. Dann können wir in den Ansicht gehen. Da habe ich mir gedacht, da werden wir jetzt wieder dann die Ballenpresse anwerfen. Und da natürlich, da wir das Stroh für uns behalten werden, werden wir da auch Quadra-Ballen pressen. Das heißt, die kleine Quadra-Ballenpresse, die kleinen Ballen, HD-Ballen, kommt wieder zum Einsatz. Und der Stacker, das werden wir dann schön mit dem Case hier machen. Das ist ja gut, wenn man zumindest einen Traktor dann zur Verfügung hat, mit dem man das Ganze noch machen kann. Und in der Zwischenzeit ist der Landini eben am Mähen. Weil er dann angekommen ist. Das ist eine Sache, ne. So. Oh, kommt keins? Nö. Dann drehen wir auf die Straße um. Ah, haben wir einen Überspringer drinnen. Okay. Na gut. Na gut. Kann man auch machen. So, jetzt müssen wir uns merken. 8,5 Meter haben wir da eingestellt. Ja, dann werden wir natürlich auch mit der Ballenpreise mit 8,5 Meter VCA-Kurs drüber ballern. Oh. Das passt ganz gut. Das war der Aufteilung auch, ne. Das Feld können wir ein bisschen erweitern, so um 1, 2 Meter. Dann wäre es theoretisch mit dem Drescher perfekt. Aber muss ja nicht. Ein bisschen könnte man hier weiter an die Straße gehen. Jetzt weiß ich nicht, was sagt denn hier der, ähm, wo haben wir hier? Was sagt denn das hier? Was gehört denn alles uns? Na gut. Das gehört bis zur Straße uns. Also das Feld könnte man ein bisschen erweitern. Das könnte man machen. So. Und dann. So. Haben wir die eine Bahn noch und dann haben wir das schon. Äh, allzu viel ist da jetzt nicht draus geworden. Aber, ja, besser haben als brauchen. Okay, letzte Bahn. Das heißt, wir haben hier eben die Gerste abgeerntet. Was ist denn da später mal zu machen? Ah, gar nichts. Das heißt, Düngen anziehen und läuft wieder, ne. Läuft. Wir sind jetzt hier im Juli. Im Juli kann man eh nichts anpflanzen. Ne. Da müssen wir sowieso warten. Wir könnten Ölrettich drüber drauf ballern. Und dann später, keine Ahnung, eine Runde Raps oder was auch immer machen. Müssen wir mal gucken, was wir brauchen. Das müssen wir uns dann noch, ähm, zur Gemüte ziehen. Wir wollen ja in Richtung Buschstall gehen. Das heißt, wir werden definitiv irgendwo ein bisschen Gras machen. Oder machen wir hier ein Grasfeld draus? Wie Silage und Heu und so ein Kram. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Sollen wir hier ein bisschen Gras machen? Bei explizites Grasfeld haben wir ja keins. Deswegen. Wir brauchen natürlich auch für die Schweinchen immer ein bisschen Futter. Das heißt, irgendwo Mais muss muss drauf. Mais ist ein absolutes Muss. Ohne Mais geht das nicht. Für die Schweinchen. Und, ja, Erdfrüchte. Da haben wir noch so viele Kartoffeln rumliegen. Also die müssen wir im Moment nicht berücksichtigen. Da können wir eventuell auch irgendeine Mission machen, falls wir mal was brauchen. Einen fortgeschrittenen Zeitpunkt möchte ich schon auch ein paar Erdfrüchte hier irgendwo haben. So, und da hätte ich mir gefragt, die 16. Ist denn mittlerweile irgendwas dabei mit? So. Müsst ihr auch annehmen, ne? Müsst ihr auch annehmen. Ernten. Die 16 waren drinnen zum Ernten, ne? Ich nehme die mal an. Das können wir dann später machen. So. Erstmals kommt das Stroh runter. So, oder soll man das Stroh ein bisschen trocknen lassen? Normalerweise lässt man das Stroh ja, keine Ahnung, so am Tag liegen. Wenn die Sonne scheint, ist kein Regen angesagt, können wir wirklich ein bisschen trocknen lassen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, dann machen wir die Mühle zu. Jetzt wird die Frage, ein Schneidwerkswärm ist da vorne. So. Klappen wir mal zu den Hobel. Äh, natürlich, ähm, die Haspel wieder einklappen. Nicht, dass wir die dann beim Transport abbrechen oder eindellen. Das wollen wir ja nicht, ne? Man kennt's. Ja. So. Passt du eine genehmigt. Okay. Bisschen weit hinten, aber... Also das Gute an diesen automatischen Attacher, der richtet sich da so hin, wie es gehört. So, jetzt ist ja die Frage, muss ich da hinten noch was einfahren? Jo. Strohhäxler fahren wir auch noch ein. Perfekt, dann haben wir mehr Platz. Und stoßen wir nicht an, ne? Okay. Dann rundum leuchte an und dann düsen wir weg. Dann düsen wir erst mal nach Hause. Hoffen wir mal, das bleibt da oben. Nicht nach Hause. Mit dem müssen wir ja eigentlich dann zum Feld 16, ne? Feld 16. Ach, wie kommt man da hoch? Äh, ja, ja, gut. Wenn ich da jetzt links fahre und dann rechts und dann einfach immer gerade durch, über den Fluss drüber, rechts, links, oi, 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 oi. Ja, wir haben ja schon erfahren, ob wir da ankommen. Aber müsste eigentlich funktionieren können. So. Ähm. Der Helfer ist noch unterwegs. Ne, der ist schon angekommen, warte. Parken wir hier mal geschwind. Parken wir hier mal. So. Autos können dann vorbei. Perfekt. So gut. Der ist angekommen. Das heißt, den können wir ruhig mal einstellen hier. Der kann ruhig mal hier anfangen, ein bisschen was abzumähen. Und zwar, genau, das ist der. Job erstellen. Das müsste, glaube ich, Feldarbeit sein, oder? So. Ist Feldarbeit. Dann fängst du hier an. Öffnen. Achteinhalb Meter. Ich glaube, das hat achteinhalb. So. Dann machen wir dreimal vorgewähnte. Weich. Ja. Keine Umfahrung. Mach's dir einfach mal. Sieht gar nicht mal so dumm aus. Ah. Gut. Und dann kannst du schon loslegen, ne? Man kennt's. Ähm. Erster Wegpunkt. Viel Spaß. Muss ich mal gucken. Hat das wirklich achteinhalb Meter? Track für einen Freund. Hm. Ja. 8,3. Es sieht aber nicht so schlecht aus. Dadurch, dass wir eh ein bisschen Überlappung drin haben mit den 3%. Ah. Dann wird's schon klappen. Und sonst müssen wir halt noch mal nacharbeiten. Ui. Er läuft noch. So. Dann können wir eigentlich auch so einstellen, dass er nach Hause fährt. Wir fahren ja erstmal mit dem Drescher hoch. Wir fahren erstmal mit dem Drescher hoch. Wie gesagt. Der muss ja auch ans Feld ankommen. Und dann lüppert. So. Ab. Nach Hause mit dir. Äh. Wo haben wir das denn? Standard war das, ne? Hofziller. Da muss ich auch mal irgendwann einen Punkt einfahren, damit wir den direkt nach Hause schicken können. So. Und wir düsen wieder weiter. Gehen wir davon aus, dass er nicht hier runterfährt, oder? In den Spiegel sieht man halt nichts. In den Spiegel sieht man hier. Der dreht ab. Der dreht ab. Weil ich das gesehen hab. Jo. Man sieht nur die Rückseite. Also passt das. Na gut. Dann kommen wir halt hier lang. Jetzt ist das halt ein bisschen so eine Tingle-Arbeit runter zum, da rauf, zum Feld. Aber was muss, das muss. Einfach mit dem Finger schnipsen, kann man mit dem Drescher nicht hoch. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das heißt, ähm. Ja. Das Feld muss runter. Die Ger... Ich glaub Gerste oder was war das? Ähm. Die Gerste muss runter. Ähm. Zum Ablieferort. Und dann werden wir dort auch noch ein paar Strohbällchen pressen. Ich werd dann aber alles mit der Kleinballenpresse machen. Dann kommt natürlich unser Kleinballen-Stacker zum Einsatz. Äh. Auto-Stack zu verwenden. Oder ich hätte mal wieder Bock ein bisschen händisch zu verladen. Ne. Ich mach da lieber die Kleinballen. Die stapeln wir dann schön in unseren Unterstand. Und dann haben wir Strohbällchen. Dort können wir auch gut dosieren. Wenn wir dann später mal Futter mischen wollen. Oder so. Ja. Ich glaub das ist eine ganz gute Idee. Ein bisschen Abwechslung. Wir haben bei den letzten Missionen da gute Strohrundballen gemacht. Jetzt können wir auch mal wieder ein paar Quaderbällchen pressen. So. Jetzt hoff ich mal, dass der Weg richtig ist. Ich hoffe, dass das Schneidwerk noch drauf ist. Jo. Und Spiegel ist drauf. Perfekt. Ja gut. Hier fällt weg rein. Dann müsste sich das ausgehen. Und dann müsste man da passen. Schauen wir mal. Jo. War man hier nicht schon? Ah. Genau. Auf der 13 hier. Auf der 13. Da haben wir schon gedroschen und gepresst. Das kommt mir bekannt vor. Jo. Eioi. Da sprießt hier das Unkraut. Naja. Aber solange nichts angesehen ist. Ist es ja egal. Das wird eh untergepflügt. Das wird eh sowas von Unkraut gepflügt. So. Passt. Dann werde ich den eher schon mal ausklappen. Und so die Frage. Wo stellen wir uns das hin? Eigentlich können wir das eben am Weg hier stehen lassen. Den Schneidwerk zu haben. Weil wir fahren hier mal so geschwind. Ganz unauffällig ins Feld rein. Und schnappen unser Schneidwerk. Und ab geht die Post. Dann natürlich wieder Haspel hoch. Ähm. Hier. Spro-Ablage an. Und dann geht das los hier. Der Peter. So. Da hätte ich mir gedacht. Da werden wir hier mal den Helfer reinwerfen. Und dann schauen wir uns das an. Spro wird abgelegt. Perfekt. Und da blübt. Ja. Wie gesagt. Hier mit der Überlappung. Das passt alles. Sind zwar 8,3 Meter angegeben von Giants. Der. Oder CP. Rechnen mit 8,5. Aber mit den 3% Überlappung. Außer hier. Wenn er da die Kurven fährt. Da ist natürlich. Bleibt ein bisschen stehen. Aber. Zu übertrieben viel wird hier eh nicht stehen bleiben. Das passt so. Na ja. Genau. Wir brauchen dann auch einen Schwara. Haben wir schon einen Schwara? Weil sonst können wir nicht pressen. Haben wir einen Schwara? Das ist die Frage. Sieht aber nicht so nach aus. Nö. Hier ist keiner. Das heißt. Wir müssen noch einen Schwara kaufen. Ah. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber das wird schon. So. Also. Müssen wir da. Wenn wir schon hier ein bisschen Gerste drin haben. Na jetzt ist es jetzt schon spät. Müssen wir da ein bisschen füttern. Die Zereide ist noch genug drinnen. Und bei den Hühnchern ist es auch noch genug drinnen. Nö. Können wir einlagern. Können wir einlagern. Dann gucken wir uns das mal. an. Ernten ist. Ah. Das ist Hafer. Okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Hafer 16 zum Shop Jelardin. So. Den stellen wir erst mal ein. So. Die 16. Weil dann werden wir wieder in den Drescher reinspringen und uns abfahren lassen. Shop Jelardin. Ähm. Ja. Den Shop. Ab dafür. Müssen wir denen natürlich auch sagen, dass du auf die 16 bist. Dann fährt er uns auch ab. Sonst macht er das nicht. Das ist ja ein ganz ein Eigensinniger. So. Ja. Rein da und ab dafür. Und läuft schon wieder. Perfekt. Ja. Dann ist es halt Hafer. Haben wir irgendeine Verwendung für Hafer? Ich frage für einen Freund. Warte. Ähm. Ja gut. Schauen wir mal wieder rein hier. Ne. Hier ist nichts Neues dabei. Hier wäre nur das Heckmehrwerk gewesen zum Nachziehen. Das möchte ich auch irgendwann mal verwenden. Aber es ist halt. Naja. Übertrieben toll ist es nicht. Ich habe es im 19. Ein paar Mal verwendet. Aber sonst nicht. So. Ah genau. Das wollte ich noch gucken. Ähm. Bei den platzierbaren Dingens. Äh. Da war ja irgendwas von dieser Omatana-Dinge dabei. Wo man Hafer verarbeiten kann. Oder? Kann man nicht... Hafer zu Hafermilch oder irgend sowas? Oder Haferflocken? Nein. Ähm. Upsi. Ja gut. Ich würde aber sagen. Mit dem kurzen Intermeizel hier. Dass wir hier ein bisschen wieder aus dem Feld rausgefahren sind. Man kennt es. Passiert öfters mal. Äh. Soll es das für diese Folge und auch für diese Woche gewesen sein. Ähm. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut dann auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.